Dr. Niko Grest, Nummer 2 dieses Turniers, Bayerische Einzelmeisterschaft 2018, Guxheim in der Stadt, Jendl. Richtig, Knallhaber-Fehlstart ins Turnier am heutigen Samstag, 20. Januar 2018. Ach, 2-1. Links, Peter Angerl. Und da geht gerade gar nichts, kein Niko. 11-1. Hier ist es immer so schön. Schlechte Generalkubel. Gute Vorstellung. Schauen wir mal. Schlechte Weiteren. Schlechte. Schlechte.